hey leute willkommen zum 18 törchen des minecraft pvp adventskalenders mit dem tobi auf us.shotbow.net spielen wir ghostcraft heute ja wer das spiel vielleicht nicht kennt es gibt einen ghost der bin in dieser runde ich der hat halt nur particle und der muss halt die anderen alle töten genau das ist das spielprinzip ja der torben ist leider nicht dabei weil der torben nicht so zeit hatte wie wir zeit hatten und ja das wird noch ganz viele extras während wir eigentlich nur steinschwert und bogen haben wie sollte ich schon gehittert lasst dich von mir hin ja ich weiß auch nicht wieder mich so gut gesehen hat ich habe einen getötet einfach ja genau und wenn man die mitglieder also dieses feuer wenn man die mitglieder hätte dann stirbt man es ist man hat das ist ein bisserl doof ja gell ich kann schon gar nicht mehr wie ist prozent wieso stirbt der andere so schnell und der mich und wieso sieht er mich die lo der trüste und der hatte den ganz und du bist nicht unsichtbar du ja aber der schlecht aber der hat mich die ganze zeit gesehen ich hätte dich auch gesehen ich hätte ich auch gesehen man sieht die rauchpartikel nicht ich bin zu dumm den hero brenzer blicken naja aber schauen wie die nächste runde jetzt wird start hängen genau und je öfter man den ghost desto höher ist die chance die nächste also die runde sind einfach durchgehend man kann halt zwischendurch join wie jetzt manche tun und zwischendurch auch leften jetzt sind die und runden natürlich interessanter wenn mehr da sind und ja wo box ist in mauerung ist und dieses feuer dass das gott nicht so an das sind voll ab nur irgendwo hier ist einer einfach nur gestorben ach der hat ein spieler gehittet die roh da sind da wir wo bist du da ich dir nicht oder war schon ich sehe hier drin Hä? Ich hatte ihn grad erblickt. Scheiße. Erblickt? Ah, der ist hier hinter dir. Na, ich hab ihn einmal gehetet. Ich hab dich auch einmal gehetet, deswegen hab ich jetzt nur noch ein Herz. Der hat mich nochmal gehetet. Der hat tolle Musik grad hier. Lass mir die Chance für die Aufnahme! Aua. Ah! 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 Ach ja, ich hab ja auch Granaten. Oh. Ich hab meinen eigenen getroffen. Also unseren Typen. Ja gut, er hat mich getroffen, bevor ich ihn treffen konnte. Aber ich habe, wenn der Flo ihn jetzt nicht hätte, die größte Chance hier rein zu sein. A ghost. Ne. Mann, der lässt sich einfach von dem treffen. Du weinst das scheiß Ghost. Ja, und dann war der da drin. Ich sehe nicht. Scheiße. So zum anderen. Du kannst auch spectaten. Bei mir klappt das nie. Ach, jetzt klappt's auf einen. Man klickt auf Schild. Ja, vorhin hat das nie geklappt. Auf Camper. Mal gucken, was der Ghost jetzt macht. Ah, der ist hier. Der, ich sehe. Ja. Da soll ich raus. Der geht hier auf einen Berg. Was will der da? Ja. Jetzt ist er weg. Jetzt habe ich ihn. Ach, der stellt sich wahrscheinlich ins Wasser, wo man seine Partikel nicht sieht. Oder so. Oder? Ich weiß noch. Ich weiß noch. Weiß noch. Weißt du, der Typ snickt auch nicht mehr? Oh, wenn man Spiele schlägt, kommt man wieder in die Lobby. Äh, Tobi? Ja, ja. Da, jetzt kommt der Ghost von hinten. Pass auf. Oh, ja. Hä? Oh! Der hat Blindness geworfen und ich wurde einfach mit geblendet. Ja, Übelkeit habe ich auch noch. Duhl, Applaus. Da ist er. Er ist doch hinter ihm. Danke, Alter. Das tötet ihn nochmal. Na gut, er macht es geschickt. Guck, er geht immer um ihn rum. Das ist so richtig schön. Das muss man ja auch so machen. Okay, ich habe eine. Steht noch nicht da. Eine. Ich habe eine. Ich habe eine 23,5%ige Chance. Ich habe 35,3. Der Geist zu werden in dieser Runde. Better your chance. Hier, 23,5 ist aufgerundet. Na scheiße, der eine hat 41. Der Virtue ist bescheinend. 24. Vielleicht werde ich es ja auch. Mit etwas Glück. Mit etwas Glück. 41. Ja, Alter. Geil. Geil. Was ist das? Das ist ein Scherz. Wieso bist du aus der Welt gefallen? Ja, keine Ahnung. Irgendwie im Bug. Okay. Ich bin einfach in der Luft gespawnt. Jetzt hat jeder gleich Chance. Also ich bin, als ich der Geist hier war. Ja, normalerweise spawnt man da auf dem Hügel. Aber ich bin einfach neben gespawnt. So richtig behindert. Da konnte ich auch nicht mehr reagieren und meinen Warpowder da einsetzen. Mann, das ist scheiße, das Spiel. Ja, geil, das ist nämlich schön. Mann, Alter, jetzt war ich einmal der Ghost. Und dann... Nö, ich gönn's dem nicht. Ich töd ihn lieber. Scheiß Spiel, Alter. Gut. Dann hast du dich jetzt aufgeregt. Hier hat einer Schaden bekommen. Dead Blindness dahin geworfen. Wohin? In die Mitte? Riebe mich. Aua. Da, der ist da. Hier. Ich hab' ihn gehittert. Ich bin auch einmal gehittert. Oder einer hat den schon zweimal oder so gehittert. Ja, zweimal. Ja, weil du hattest bei nochmal zwei Punkte. Guckt manche haben sieben. Ah. Yay, frackenade. Yay, yay, yay. Und endlich Granaten nicht mehr. Yo, Leute. Das ist jetzt das Ende der Folge. Ich bin hier in meiner Singleplayer-Welt. Da der Shotball-Server einfach down ist im Hintergrund. Seht man Creeper mit Weihnachtsmützen. Die sind schön. Da nehme ich mal mein Schwert raus. Dann tötet ihr einfach mal. So. So. Tot. So. Äh. Und ja. Ich wollte mich jetzt hier nur kurz verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da und bewertet das in den Kommentaren auch gerne. Und ja, sonst noch eine schöne Weihnachtszeit für euch. Und ja. Mit einem Abo würdet ihr uns natürlich wie immer noch unterstützen. Und dann sage ich Tschüss bis zum nächsten Adventskalender-Video.